und damit herzlich willkommen zurück auf meinem kanal und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video wir machen weiter bei Molten Nightmare beziehungsweise geschmolzener Albtraum würde ich sagen starten wir auch sind wieder vier abschnitte wie es scheint weiter all we could decipher in time was something about five towers well as it happens a fifth hellstorm just appeared in Naples setting off Vesuvius in the process maybe this is the last one at the very least I bet it's where we'll catch ich hab voll den grünen schein sehe ich grad mal so auch nicht schlecht es ist vom green screen im hintergrund dann fällt mir ein ich hätte eigentlich wieder den karl nehmen können das kann ich ja eigentlich jetzt gleich abändern wir haben zwei upgrades das ist natürlich nice so was brauchen wir noch vier dann haben wir die waffe auch voll wir wollen wieder unseren karl so äh ködergranate wollen wir jetzt keine aber das nehmen wir mit was geht's los so wir haben hier alles bis auf den helden tot das heißt wieder fleißig umschauen die sachen sind halt immer so richtig assi einfach erstmal nachladen wenn wir nicht unbedingt daneben schießen sieht gut aus wir schauen trotzdem mal sicherheitsalbe um ob wir hier schon die zombie hand sehen die hat ja dann meistens so eine richtig blöde stelle ich guck halt gerne gerade so so seiten abo guck mal da alter kommst du denn jetzt her weg okay sieht nicht so aus als wäre hier die zombie hand aber ist auch nicht schlimm die finden wir ja trotzdem noch denke ich mal hoffe ich zumindest wir tauen uns auf jeden fall jetzt in allen möglichen ecken um sicher sicher da geht nix und guck mal da spaltet sich erstmal alles also vor allem gerade hier so guck ich halt gerne weil schon mal gerne im raum oder so oder auch hier so an den seiten gerne was ist da brauche ich dann schon lieber vorsicht selber nur mal sicherheitsalbe noch hier gucken manchmal rennt die auch alle auf dem dach rum aber sieht nicht da noch aus ok gehen wir mal weiter ich glaube das ist auch ein part von der einen karte so schaut es zumindest gerade aus so wir müssen sowieso nach links das heißt wir können hier mal gucken wie das ist du bleibst da liegen jo wo kommt der denn her ja erst mal treffen ne ist die devise manchmal echt nicht so einfach irgendwie mit dem treffen also manchmal habe ich echt einen aim wie ein brot oder selbst ein brot aimt der besser sagen wir es mal so ok ok was das da ist möchte ich wahrscheinlich gar nicht wissen da passiert auch nichts da ist schon was zum reinlaufen ich werde schon wieder irgendwo einlaufen ok 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 mic Da hoch gucken. Aber sieht eigentlich der aus. Dem Baum ist auch nix, ne? Es war halt schon mal ne Zombiehand in so nem Baum, deswegen guck ich eigentlich gerne auch mal die Bäume an. Ist doch richtig. Das ist richtig. Ah. Da verdreck. Untertitelung. BR 2018 NEIN! Juuu! Betreib! Wir hören ja gar nicht auf, alter! Oh, ich soll vielleicht nicht so nah dran sein. Juuu! Noch mehr von dir. Reicht's aber. Blöden kleinen Klappelfiecher da. Die finde ich halt richtig hart nervig. Tatsächlich. Weil die dich auch immer so dämlich anspringen. Boah, da kommt da noch einer. Noch mehr. Ja. Also wenn das schon bei einem Spieler so ist, ne? Wir werden nicht wissen, was bei vier Spielern da rauskommt. Von der Masse. Jetzt bitte, das ist mal der letzte. Nein. Da kommt noch einer. Jetzt haben wir's aber. Halleluja. Oh, guck mal, da ist noch so'n Huffi. Weg mit dir jetzt. Und auch noch einer. Das wird's aber langsam nervig, ja? Oh, Brandaufsatz. Das scheint. Oder exklusiv zumindest. Jetzt gehen wir ja schon hier absuchen. Ähm. Da oben vielleicht. Gehen wir erstmal hier alles abschauen. Da haben wir zum Beispiel schon den Comic. Ich hab das Level hier tatsächlich schon mal gespielt. Online. Mit einem Kumpel. Deswegen. Ja, schon ein paar Sammelsachen. Aber wir haben jetzt zumindest hier den Comic. Das heißt, jetzt fehlt. Dokument. Dokument. Ähm. Kit. Zombiehände sind halt immer das Haar. Nervige finde ich hier. Tatsächlich. Weil du die so schlecht ziehst. Aber schauen wir einfach mal. Mal. Mal sind die halt wirklich an so richtig dummen Stellen. zooming in. Alysson. Okay. Umkrautgesetze auch nicht. Ich hab irgendwas im Auge, das ist ein Scheiß. Hier vielleicht? Nein. Schaut halt auch krass aus, ne? Ich kann mir vorstellen, dass ihr hier vielleicht irgendwo rumtackelt. Hallo, mein Freund. Geht's jetzt erstmal rund. Nachladen. Nachladen. Oh, jetzt werden sie aber gebrutzelt. Voila. Genau, find ich auch. Bleib mal liegen, ne? Server. So, liegen bleiben. Ähm, auch. Kann ich mir zwar nicht erzählen, dass das schon alles war. Echt jetzt? Da hätte ich jetzt tatsächlich noch ein bisschen mehr erwartet. Okay, jetzt suchen wir mal hier ab. Ich hab nachher irgendwie so das Gefühl, dass die hier irgendwo rumtackelt. In so einem Gebäude halt. Entweder auf dem Dach oder einfach in so einem zerfallenen Innenraum. Malerweise lässt sich mein Gefühl bei sowas nicht unbedingt im Stich. Wären wir hier genügend zum Absuchen. Mal hier schauen. Gehen da am besten mal hin. Müssen wir sowieso dann nach links. Das heißt, wir können hier mal kurz rumlaufen. Vor allem möchte ich ja auch die Sammelsachen und deswegen laufen hier mal alle Ecken ab. Jetzt dachte ich schon, aber nö, nö. Ist ja so richtig hässlich versteckt, ne? Oder ich bin einfach schon wie so ein Bot schon vorbei. Wäre ja auch nichts Neues. Da unten ist er nicht. Nope. Ich würde es halt merken, ne? Wenn ich hier so ein bisschen schaue, das siehst du ja, wenn da sich was bewegt. Deswegen. Da ist auch nichts. Lava flow in the way. You got a plan for that, Bruno? Simple. Jump over it. Just jump over the deadly burning lava flow? Okay. Okay. Meistens läuft hier halt so richtig rum an so einem Platz einfach rum, wo man schon 5.000 mal vorbei gelaufen ist. Oh, da ist ne Leiche. So. 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 Ach ja. Ne, ist meine Ratte jetzt dachte ich schon. Wäre natürlich jetzt nice gewesen, ne? Wenn wir sie da direkt gehabt hätten, aber... Nix war's. So. 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 Haben wir? So. Ah, dein Lurken? Aber das Dumme ist halt leider. Was ist denn das? Hier hat halt auch nichts zum Sammeln, ne? Oder so. Wie wärst du? Wundert mich aber auch, dass man hier jetzt nirgendwo rein kann. War ich da geguckt? Ich glaub schon, oder? Ja. Okay, gehen wir weiter. Wird schon noch sich was auftun. Oh. Ups. Das was springt über die Lurber. Wie springt man denn hier nochmal? Weiß ich grad gar nicht, um ehrlich zu sein. Ne, so springt man auch nicht. Das ist Granate. Er springt doch, glaub ich, automatisch, oder? Keine Ahnung, weiß ich grad gar nicht. Ach ja. Ah, sag ich doch. Gott, bin ich ein Bot gerade. Oh je. Richtig lust. Schauen wir mal da rein. Von hier aus. Manchmal hat man ja Glück. Das war dort. So ein Busch. Aber die Zeit hier am vertrödeln, in dem Kapitel gerade. Aber ich will halt gucken, ob das da hinten ist der Ausgang. Ich hab hier nichts gefunden, bis auf ein einziges, ne? Das ist auch sehr kurios. Wo ist denn da so eine Hackfresser? Irgendwo schreit doch schon wieder einer. Okay. 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 Das war's. Ah, das da drüben ist definitiv Es scheint der Ausgang Da Und den mit Hallo, nimm den auf Danke So hart, Alter, jetzt habe ich halt übel die Zeit vertrödelt hier, weil ich die ganze Zeit am glotzen bin Nur wegen dieser blöden Zombiehand Oh, der ist gut, okay, ich dachte schon Ja, ja, ich bin schon auf dem Weg Ach, schön, dass ich auch mal hier rein darf Diese kleinen Kriechmonster da Die Falle geht gar nicht, das ist auch super wieder Ja, wunderbar, du Was denn da Gehe ich mal zu dem Typen da hoch Ich glaube auch hundertprozentig ist in dem Haus was zum Sammeln ist Kann ich mir gar nicht anders vorstellen Gehen wir mal da hoch Vielleicht ist ja bei dem da oben was Also ich denke schon Oh, ein Gewehr Hier steht der Typ, ne Da wäre der Sag mal, geht der Spacken auf mich oder? Da war ich drin, da muss ich hier noch rein Sag ich doch Wäre ja gelacht, wenn da nichts wäre Kann man eigentlich immer ausgehen, dass da was ist Dann ist aber auch noch, glaubt was, in dem Bereich Was steht denn da überhaupt noch? Dokument und die scheiß Hand halt Ach Gott, ey, das ist so deprimierend Ich kann ja schon vorstellen, dass das Dokument bei dem im Haus ist Ist ja dann der Bereich Aber hier ist halt nichts gewesen, ne? Also wir laufen mal hier runter Aber sieht nicht so noch raus Ja, dann gehen wir da mal hin Ach Gott, was ist hier? Ja, dann gehen wir da hin Jo Juuu! Alter, was geht denn bei dir? Da werden auch nicht alle nieder. Ach ja. Das war so unlogisch eigentlich gerade. Na ja. Danke, dass ich jetzt meinen Schuss umsonst rausgehauen hab. Also geil verteidige und ich geh mich erst mal umsehen. Saniker? Ich glaube ich brauche... Ey, was für ein Mechaniker. Das ist ein Tiki, oder was? Äh? Das ist ein Tiki, oder was? Das ist ein Tiki, oder was? Wie ist das? Das ist ein Tiki wirklich kompakt. Jetzt ist der wieder so ein Dreckskommander irgendwo Kopf weg Ich musste so einen Spacken Ich sehe hier nirgends so einen Commander, ganz ehrlich Ach ja, das ist so schön Wie viel denn noch? Schreibt doch nicht Hä? Da ist so einer, alter, weg mit dir Woah Ach Gott, was ist los mit dem? Ja Machen wir es jetzt, ja? Gut Wir sind zwar hart über der Zeit, aber es schaut jetzt gerade so Das heißt hart über der Zeit, wir sind jetzt halt Die ist halt hier drüber, ne? Macht nix Bei der Zucht So, suchen wir mal noch hier alles ab Was war das? Da geht es gar nicht rein, ne? Schade, schade Also in die Richtung müssen wir so In die Richtung können wir gar nicht, wa? Doch Ne, in diese Richtung geht es gar nicht Ok Verstanden Gucken Also wo diese gammige Zombiehand jedesmal ist, na das ist echt Keine Ahnung Teilweise so dumme Plätze einfach Teilweise läuft man da sogar einfach dran vorbei Von Schnallzeit nicht So, diese dumme Lache ist ein Sniper Also wo ist er? Da oben ist er Noch einer Alter, willst du mich rollen? Dich Ich zieh dich erst mal 5000 mal daneben, hä So Was ist denn für ein Lava-Lämmchen? So ein Easter Egg, wa? Okay Okay, da müssen wir gleich hoch Ich möchte trotzdem hier noch schauen Geht da noch irgendwo was rein? Also in irgendein Haus oder so? Nö Außer Knö Wende sagen auch nö Wende sagen auch nö Wende sagen auch nö Oder hoch Ein recht langes Level tatsächlich, wa? Wende sagen auch nö Wende sagen auch nö Wende sagen auch nö Wenden sagen auch nö Zombie-Hahn, Klappse, Null. Oh mein Gott, direkt vor meiner Nase, Alter. Ich glaub's ja. Noch mal springen. So weit kann der springen? LOL, willst du mich verarschen? Oh mein Gott. Jau. Echt jetzt? Das ist den ja... Ja, wenigstens ist die gespeichert. Tun ich dein Ernst jetzt? Oh mein Gott. Das ist halt schon sad, sowas. Halt, hart verkackt an der Stelle. Oh mein Gott, wieder so selbst, oder? Schau ab. Ah, nicht nur einer. Weck mit dir. Wollen wir nur vor dem Tal kommen? Scheiß dir da so'n scheiß General, oder was? Oder warum kunden da so viele? Das war der scheiß Dreck-Sniper, ne? Oh, geh mir aufs Loch. Oh. Jetzt rennt er wieder. Immer wenn ich auf den Spacken ziehle, Alter, ich glaub's ja. Oh, da ist er wieder. Weg ist er. Aber ich glaub, es war ein 2, ne? Egal. Oh, eine Schweinerei da. Geht's hin? Nein. Also wir haben zwar jetzt die Zombie-Hunt, aber uns fehlt trotzdem der Brief bzw. das Dokument, ne? Das haben wir jetzt verpennt. Keine Ahnung, wo das sein soll. Da schau doch, da schreißen wir doch. So, wir haben aber zumindestens das Kapitel. Zumindest den Abschnitt des Kapitels. Alles, weiter geht's in 2, 4. Haben zumindestens auch Gold erreicht. So, kein einziges Sammelding fehlt uns jetzt hier, aber gut, ist halt so. So, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr wollt. Schreibt was in die Kommentare oder lasst auch ein Abo da. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Und da müsst ihr nur an die Kommentare. Ach, das geht's mal auf. ir